hallo leute es ist wieder soweit es wird gerollt und zwar werde ich die letzten 30.000 games jetzt für talente ausgeben und hoffe wieder auf ein hohes beziehungsweise auf das höchste erquicken so dann starten wir mal ja teuer 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 wird das und war es schon so 45 berserker fängt ja mal gut an wer kriegt das also der droide hat es gestern gekriegt zannik auch schon 45 bin ich mit vorgott kriegt das sehr zufrieden und dann nehme ich den tonagot obwohl mit dem tonagot spiele ich nicht und dann nehme ich den tonagot und dann nehme ich den tonagot Ok, und weiter geht die Suche nach dem 5-5 Erquicken, so, kriegen wir was, haben wir was? Ja, das ist frustrierend, vielleicht habt ihr es ja beim letzten Video mitgekriegt, vielleicht beim dritten Teil, oder beim zweiten Teil, weiß ich gar nicht, das war wirklich Haufen Schrott dabei. So, 4-5-5, das kriegt definitiv nur irgendeiner aus der B-Reihe. So, und weiter, wieder 4-5-5. So, ich könnte es auf den nächsten Kürbis drauf pflanzen, das ist die Frage, für welchen werde ich zuerst, ja, ich setze es auf den Kürbis drauf, oder soll, naja, Champion habe ich auch schon lange nicht mehr verwendet, und, obwohl, was hat der da rauf, 5-5, nein, nein. So, da habe ich einen, ja. Jetzt kriegt der nächste Donnergott, der Donnergott wird es diesmal sein, sehr gut. Ja, ist halt trotzdem frustrierend, natürlich, 4-5 Berserker kann man auch auf viele andere Helden draufpacken, aber ich brauche, also ich unterscheide definitiv mein Team für Arena und den ganzen anderen Rest. So, jetzt haben wir schon 6.000 gerollt und zweimal 4-5-5 Berserker abgestoppt. Jetzt ist ja mal nicht soviel schlecht, 5-5-5, Deadless Track, So. Wer macht viel Schaden? Einen Held, der viel Schaden macht. Nö, nö, nö. 4,5, 3,5, 5, so. Das erste 5,5 Talent, juhu. Dann ist es nicht wirklich zum gebrauchen. 3,5. Wen levele ich gerade? Wer könnte es gebrauchen? Da habe ich schon 5,5 drauf. Pixie hat schon das richtige Talent. Solang es ein 3er Talent ist, einfach mal zum leveln. Ein Haufen mehr Leben, 30% mehr Leben. Wenn ich da keinen mit Reifen fahre, dann kriegt es irgendeiner von denen. Ja, ihr merkt schon, ich habe ja schon des öfteren gerollt. Deshalb haben ja alle sehr hohe Talente. Aber ich brauche trotzdem ein 5,5 Erkuchen. Haufen hatte ich genau ein einziges Mal. Da glaube ich hatte ich mich schon in den letzten Videos drüber aufgeregt. Das ist so, dass manche oft kriegen und ich wiederum genau ein einziges Mal. Obwohl ich sicher schon x 100 Mal auf den Re-Roll Button geklickt habe. So, 3,5 Bersi. Auf damit. 1,2,5 Bersi. Pfui, pfui, pfui. 2,5 Bersi. 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 Ah. Also, eventuell merkt man es schon wieder an meiner Stimme. Es ist etwas frustrierend. Es ist wirklich traurig. Also ich finde es traurig, dass ich da einfach nichts bekomme. Irgendwer noch 3. Wer hat 3? Irgendwer hat sicher noch 3. 3. 3 von 5. So, die Hälfte haben wir schon verrollt. Ein paar hohe Talente waren dabei, aber nicht das, was ich suche und brauche, ein Heavy Blow. So... 1, 2, 3, 2, 1... Och, komm! Ey, das ist unmöglich. Die letzten 11.000... Unmöglich. Ich pack mir mal vorsichtshalber auf den Cupid, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich den behalte oder nicht. Also, ich könnte jetzt wirklich mit dem Kopf auf den Tisch hämmern. So, die letzten 9.000, okay. Kommt da was? Ah, 1x455, super. Habe ich mich gerade gefreut und dann... So. Wer kriegt das 455? Erquicken. Ich mag's nicht auf den Destroyer hauen. Da brauche ich 100%ig das 555 drauf, sonst bringt es mir eigentlich nicht wirklich was. Succubus für die Arena. Succubus für die Arena. Ich pflanze es mal drauf. Und 555 Berserker. Sehr schön. Tag Speed, 555. So, jetzt muss ich nachdenken. Tag Speed, ich glaube das kriegt... ...die Moltaunica rauf. Mhm. Der Mage hat... ...da... ...hat auch... Brauche ich denn... Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. nicht aufgepasst alles klar es geht weiter so bitte einmal 555 echt es sind die letzten 20 Rolls ich hätte echt gern 555 fahr ab das passt wer braucht viel Leben mit wem irgendwo irgendwer mit 3 noch dabei ihr merkt es ich tue mir schon richtig schwer überhaupt den Helden zu finden wo ich diese unnötigen Sachen draufpacken kann so die letzten paar Rolls Selbstzerstörer noch 10 mal weg damit muss ich es nicht mehr sehen 4-5-5 echt wie oft heute Berserker kommt echt schlimm wuuuuh fuck 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 mit wem spiele ich mehr das ist die Frage mit wem spiele ich mehr wer ist für mich jetzt nützlicher ist die nächste Frage das ist jetzt schwierig das ist jetzt schwierig wenn ich gerade mehr brauche nehm ich mal nehm ich mal ihn okay so 1-5-5 komm 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 sei nicht zu geizig so das dürfte es jetzt eigentlich gewesen sein jetzt gibt es nur noch für die Spenden fürs Verbrauchen eventuell noch was Gutes abzugreifen so 15 Versuche so Hammers da hätte ich gern irgendwas Brauchbares gestern habe ich ja nur Hohner Badges gekriegt und das fängt genau gleich an weg 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 Schatz Klumpat ach interessant scheiß Meritz ach sorry für den Ausdruck aber ich bin wirklich gerade ein bisschen gefrustet so ein Haufen Berserker und ja ne das bin das macht mich wirklich etwas ja scheiße halt blöd gelaufen diese hauners ach irgendwas irgendwas cooles hätte ich gern ja ja der nächste Hämmer so wie ein Schlag ins Gesicht das war's das war's dann das war's dann Rollen ich habe jetzt 100.000 Gems für Talente ausgegeben habe kein einziges Mal 5 von 5 erquicken bekommen das frustriert das frustriert mich wirklich das frustriert mich richtig grob und derb und das macht mich wirklich traurig weil so oft klicken kein einziger gekommen ist ja so viel dazu vergesst nicht abonniert den channel am Sonntag am kommenden Sonntag das ist übermorgen am Muttertag am 10.000 falls ihr jetzt nicht wisst wann Muttertag ist am 10.000 5.000 gibt es das erste giveaway das heißt ich verlose die erste Google Playcard aber nur für Abonnenten das heißt abonniert den channel so ich muss mich mal abreagieren gehen dass das Rollen einfach nur Mist war ja wir sehen uns dann im nächsten Video